Ok mein Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Asterix was wird das ein richtiges Gesetz playen, Kost ist zwar nur und ähm ich brauche das einfach irgendwas mal zur Ablenkung sonst Upsa ich glaube ich hab kurz hier die raussteigen ein bisschen höher stellen, ich merke als ich nur 25 hab Ok, es dürfte sich da schon um ein X-Auto sein und, ah verdammt das war knapp äh ok ah ah frontchen verdammt äh das habe ich toll von einem Spielstein geladen bis gleich Ok, weiter geht's so, da hat bringt, ah verdammt, das ist ja nicht gut egal, das brauche ich wahrscheinlich nicht unbedingt offiziell mindestens und da, ah verdammt gut, dass ich abgespeichert habe von daher ich, ja ich werde jetzt mit Save Stage spielen nein 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 frontchen äh, ich will das Ding haben äh, äh, auch wenn ich nicht weiß was das bewirkt, aber ich will's haben weil alles was man einsammeln kann ist in solchen Jump Runs immer gut und zum Beispiel bin ich super Asterix anscheinend und ja das ist gut, das ist immer gut so was, ähm ja das hatte ich mal so noch aufhören gedrückt, das ist fair, dass ich das mache, weil ich sowas wie Glück bin, warum hat er eigentlich immer so eine kurze Distanz, wo man schlagen kann das, ja toll, das hast du auch gebracht jetzt, also jetzt mal ein bisschen Konzentration Mann, ich will das heute noch schaffen, also jetzt, BAMS, so, ähm, rechts, nach rechts, zwei, drei, ich vergesse das immer, verdammt, na gut, ähm, hier ist aber jetzt aber sonst, äh, ja, jetzt geht doch, gut, und das wieder so ein Bonus, ob es das darstellen soll, na gut, wir sammeln einfach mal die, ups, äh, die Sterne ein, weil wir nichts vielleicht so zu tun haben, und ich will das jetzt schaffen, verdammt und nicht laden, ich wollte speichern, ich wette, ich verwechsel mal die Tasten, verdammt, jetzt aber so ich will nämlich alle Sterne haben, von daher ne, nein, ich will alle Sterne haben es muss doch irgendwie gehen, alle einzusammeln ist, oder nicht ne, 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 man, ich würde im letzten Moment abspringen, verdammt ne, ne ich hoffe, dass ich hier in endlich Zeit habe, alles einzusammeln, von daher naja, äh, na, wie komme ich das von der Asung, ok, ich speichern nochmal ab so, gut, jetzt haben wir das auch geschafft, endlich, na, Asterix, mach, und up, und up, und up, da haben wir noch Energie, ouch, ich sag, Energie, den wir nicht brauchen, wäre von einem Römer getroffen, toll, äh, naja, und ups, äh, ey, du, als Krähe, dass ich jetzt solche die Geldersorgung nicht verdammt, da muss man ja ziemlich schnell sein wir gehen jetzt hier drauf und verdammt, wieso schreibe ich das nicht, wenn es blöd da drauf springen, oder was ähm, nein wahrscheinlich, wenn das Ding um ist so jetzt das Ding wird nämlich noch unten und von daher muss man das ziemlich schnell sein heilige 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 das hat mich das viel dadurch getrunken das Römer da wirft er noch so einen Speer ich glaub's er nicht verdammt doch egal hat sich ein Leben Energie verloren das ist er ist sicher ich habe nicht unbedingt noch mehr Leben verlieren überhaupt gegen verdient und daher und das ist ein Bonusraum Prozent ja ein Stern vergessen einzusammeln ja einen in den Stern ja und nicht abschmieren Prozent okay es hat mich wieder es gab angeschrieben wo ich vergessen nicht vergessen habe mich auch beschäftigt zu stellen gut da lese ich das wahrscheinlich gleich so weiter geht's ähm die Sache mit dem beschäftigt wäre jetzt erledigt also können wir jetzt auch hier das erledigen wenn ich ja mal den Scheiß äh Stern treffen würde aber nein ich bin zu blöd dazu ja ich bin zu blöd dazu sag ich doch na wie soll man das denn schaffen ohne da verdammt wie soll denn das gehen ach geht doch äh hallo ich will den Stern und kann keinen Zeit füllen verdammt wie soll denn das ich hab's doch gerade eben geschafft ich will den ich will den blöden Stern da haben verdammt äh hallo ich will den gleich am ersten Anlauf verdammt das gibt's doch nicht bin ich zu blöd den Stern einzusammeln und dann drauf zu landen oder was das gibt's doch nicht äh junger äh hallo hallo junger oder ist der Ex auch so scheiße platziert sag ich doch so was haben wir denn hier ich glaub das verdammt ich will die zwei Sterne noch einsammeln ähm nein 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 sag ich doch ey hallo wie sagst du den zweiten Stern das sind die angenommen geht doch so ähm dann dürfte es wieder nur Normalstern drin sein genau und Raum abgeschlossen wieder und weiter geht's durch äh wo waren wir nochmal ich hab's vergessen inzwischen aber wir haben den Level geschafft sehr gut nach Ewigkeiten spüren wir ein bisschen vor das glaube ich immer für so lange na komm ähm jetzt kommt wieder dieses Minispiel was das da stehen soll und dieses mal so was wird viel schwieriger öpp und öpp na verdammt das haben wir das zu schaffen aber wenigstens wird man nicht durch die Fässer verlässt was ich ziemlich gut finde man kann da mal nicht drauf springen so richtig gut naja was soll's öpp verdammt wie soll das gehen dann muss man schon fliegen können die Fässer verlässt was man so ergibt na toll der Port wie Klopata wir kommen wir greifen uns ein die Gäste an ich finde es ein bisschen komisch naja doch in den Spielkraft und sowieso alles in Lederhand von daher ist das Ähm, wir schlagen Schlangen weg, ja, logisch Anstatt es wir Naja Und der fällt auch wieder runter, oder was? Na toll Ist denn diese Blöds da irgendwie runter Äh, drauf zu bleiben, oder was? Naja Ich soll es nicht stören Ah, wehe du das wieder Wehe Wehe, wehe jetzt Ah, Mann, ich brauche Leben Verdammt Ich brauche Leben Also, Energie Leben ist ja Ja, noch benötig Ich wäre fast perfekt Sobald uns der geworfen hat So Wieder mal ein Bonusraum Ich bin so einfach verdammt viel in dem Spiel hier irgendwie Oder ist das überhaupt kein Bonusraum, oder was? Naja, geil Ach, mein, wieso werde ich nur von den Kai getroffen Ich bin gleich schon wieder tot Super Geil Na ja So Ah Das war knapp Oh, jo, 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 jo Noch einmal getroffen werden, ich bin tot Ich brauche Energie, verdammt Ich brauche Energie Ah, da haben wir Energie Kaum redet man Und Energie wird man getroffen Toll Super super gemacht ja wenn ich ja mal mehr treffen würde ja geht doch so zwei kisten aufgemacht ja und das dann mitgenommen dass wir irgendwie auch haben so viel wie möglich einsam von daher ja toll logisch da erwischen die stacheln wo ich okay das ist einfach nein okay das ist nicht einfach ein aufnehmen das war einfach und noch ein paar kisten zerstören und komische krähen töten jetzt bald was oder was hallo hallo geht doch so weiter 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 einfach nur weiter und das klingt eigentlich nicht so schlimm sonst komme ich nicht mehr rüber denke ich mir so hier zwei sterne eingesammelt die kreemache ist auch wieder kalt oder was das dastehen soll und darum müssen wir ein schwerwerfender römer schon fast gesagt und das war wahrscheinlich ein leben er gibt da und wir haben den akt 3 1 klärt beendet was was zur hölle was zur hölle war das verdammt ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet man es sich mal abspeichern und so was liebe ich ja minispiel aha 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 heilige scheiße nein ich will dir alles einsam wenn das geht verdammt ich will es alles einsam irgendwie irgendwie verkriege ich das ständig ich kann einfach mal immer und krieg das so recht hin okay ja das ist irgendwie fast unmöglich hier haben die dinge ersinken was er ziemlich scheiße ist verdammt mist okay nur noch einmal jetzt und wenn ich jetzt scheitere lasse ich das genau ich will nehme ich jetzt immer weiterkommen ab verdammt heilige scheiße was an das eben man immer 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 die sachen die 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 man nicht mehr aussehen kann das ist doch scheiße warum da dich also immer konstant auf die festen springen damit das ist nicht eigentlich damit ich wollte ich den regal okay das machen wir in ägypten das verstehe ich nicht egal das ist schon ein bisschen schwieriger ja schwieriger genau ah ich glaube ja ich wollte eigentlich auch dass ich das einfach mal fallen so nein 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 spielen das war's歓 so ein ding was runterfällt und die spinne die spinnen können uns verletzen okay das ist ein bisschen unlogisch eigentlich so kleine und giftige spinnen irgendwie ach verdammt da einfach nur ducken dann geht ja schon hier verdammt ich wollte darauf nicht von nicht töten lassen aber nicht töten lassen und jetzt hier drauf und er genau richtig hat dass die spinne nicht erwischt das ist schön da wo ich könnte eigentlich mein leben verlieren das wäre nicht allzu schlimm weil ich hoffen was er habe und okay hier muss ich mal ein bisschen mehr so muss ich springen um die sterne zu halten ich werde jetzt mein leben ist nicht schaffe das meine ich das auch relativ egal und von daher nein 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 ich sage mir ist egal ich lade toll egal egal aber wir haben uns selber schon geschafft doch schnell landen und ich werde jetzt nicht wieder so ein scheiß mit so einem beschissenen blätter na toll egal ich werde jetzt nicht äh selbst selbst benutzen hier scheiß reflex mann egal ich ignore jetzt die ganzen goodies und werde hier mal durch waschen einfach wenn ich waschen hier das stückchen noch machen so wieder um wir können einfach mit x das automatisch abbrechen lassen das ist gut das ist sehr gut okay okay so hier rüber wieder und das ne das schiff nicht wirklich das schon da ist platt oder was das darstellen soll oder soll das in einem der luftspelende klinge darstellen ich weiß es nicht okay wir gehen einfach weiter und machen uns wieder ein paar kisten und oh gott die stelle sich als etwas knifflig an eben okay ich habe ich echt verabließe Ah, ich bin ja zu blöd dazu. Egal. Leute, ich bin echt zu blöd, die sind bis zu Sachen zu schaffen. Nein, und, äh, hat uns die Hieroglyfe da oben. Schaut mal, die folgt uns.